... nur persönlich bei Aufseherin Barstow. An alle Bewohner des Commonwealth, Vault 88 akzeptiert erstmals seit 200 Jahren hinter Bewerber. Das Motto von Vault-Tec war nie zutreffender als heute. Ein besseres Leben im Untergrund. Vault 88 liegt günstig nahe der Innenstadt von Quincy. Bewerbungen nur persönlich bei Aufseherin Barstow. Was? 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 ... ... ... ... Ja? 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 Braucht jemand Hilfe bei irgendwas? Diesen Spielautomaten musst du ausprobieren. Der Hammer! Der Hammer! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020